Wie hart können wir schießen? Das testen wir jetzt aus. Wer fängt an? Ich! Okay. Lukas Maschine fängt an. Komm, schießt. Let's go. Gib ihm. Und... Oh mein Gott, wie viel? 74. Let's go. Okay, er schießt. Und... Puh! 83. Von dir erwarte ich 100. Let's go. Schießt. Und... Oha. Oha. Auch 83. Jetzt bin ich dran, Leute. Ich mache jetzt 120. Let's go. Oha. Was? 21? Was war das? Anlaufgeschwindigkeit. Ja. Hä? Das war safe 150.